Hallo liebe Handpuppenfreunde, endlich wird es einen Handpuppen-Workshop geben und zwar am 4. November 2023 und zwar in Dettenwald. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei wärst, um folgende Dinge zu lernen. Wie stelle ich Augenkontakt her? Wie bediene ich das Klappen? Was kann ich alles für Gestiken mit der Handpuppe durchführen? Wie kann ich meine Stimme modulieren, damit sie dann auch zu der Handpuppe eventuell passt? Welche Handpuppe ist überhaupt die richtige für mich? All das werden wir in einem Handpuppen-Workshop am 4. November 2023 behandeln. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei wärst. Vorkenntnisse sind keinem nötig. Du kannst gerne als blutiger Anfänger mit dabei sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich anmelden würdest über die Website, und zwar dort über das Kontaktformular. Der Link zur Website ist in der Videobeschreibung oder über die E-Mail-Adresse fjadara.mail.de Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mit dabei wärst. Ich freue mich auf einen bunten, gemischten Workshop. Du musst übrigens nicht vom Fach sein, das ist völlig egal. Du kannst auch eine normale Privatperson aus dem Rechnungswesen sein. Du kannst natürlich auch gerne Pädagoge sein, mit der Verkehrsabziehung arbeiten und so weiter. Das ist kein Problem. Ich freue mich über jeden Teilnehmer, egal aus welchem Bereich. Das war es eigentlich schon an dieser Kurz-Info. Ich sage Tschüss, alles Gute, dein Hannes. Ich freue mich über die E-Mail-Adresse.